Oh mein Gott. Ja, mein Gott sei Dank, ey, das gibt's doch nicht. Zwei wählen echt was anderes. Unglaublich, ja. Oh Gott, die sind echt so, mhm. Ich bin glücklich, dass doch einer noch auf Z-Block spielen wollte. Ja. Dann gehen sie jetzt wieder und dann bla und dann so. Du bist sehr hoffnungsvoll, ich höre schon. Ich hab's gewusst. Arschlöcher. Satz mit X, das war wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Ist das eigentlich Horstwechsel? Oder ist ganz weg? Das würde ich mir nicht wechseln. Ja, okay. Das würde mich jetzt nur interessieren, aber schauen wir mal. Ja, okay. Mal schauen, wie viele noch drin sind. Ah, okay, nur einer. Ja. Mein Gott. Ah. Shit. Ach, komm. Jetzt geht's los. Haben wir's jetzt mal. Sind wir jetzt noch überhaupt zu viele? Okay. Ja, jetzt schauen wir mal. Die Map ist echt so cool und alles in allem immer so Pech da. Ja. Da sind sie. Ah, 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 ah. Okay. Ich glaub, der Rest wollte dann doch spielen. Eieiei. Der Rest. Der Rest. Der Rest ist... Nee, der Rest ist de Best. Warte mal, ich schieß mal mal den Ding ins da. Dose, okay. Ich muss schon deutlich versprechen, den es da. Ich kann ja nicht der Verständnis, komische Sprache. Okay. Müssen wir uns mal hier durchkämpfen. Ui. Okay. Ah, vielleicht sind die auch in der Mitte irgendwo. Ja, von da aus hat einer. Ja. Ich hab einen noch markiert. Ich glaub, der wird exekutiert. Ja, der Dizzy ist es. Okay. Da lacht die Miriam. Was hab ich grad gesagt? Da lacht die Miriam. Na also, ich glaube, das wird's doch wohl zusammenfassen. Er, 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 er. Er, 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 er. Mh, mh, mh. Bip, bip. Andere Drohne. Oh, da kommt ja einer entgegen. Oh, shit. Oh, oh. Je. Was soll denn die Scheiße? Find ich das nett? Nein, find ich nicht nett. Boah. Die anderen mit ihrer Knäscher. Oh, shit, 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 shit. Warte. Oh, shit. Nein, komm her. Ah, das gibt es nicht. Ah, der hat extra irgendwie gewartet. Ich bin hintergesprungen und alles. So ne Scheiße, ey. Sorry. Der hat so lange gewartet irgendwie mit dem Scorch, bis ich immer bei euch war. So ne Scheiße, ey. Aber ich hasse den mit dem Scorcher. Ist der immer noch da? Nein. Ist der nicht. Oh, ich nehme einen Doktor. Doktor, Doktor. Doktor, Doktor. Na, es lohnt sich ja jetzt doch, wenn ich nicht mehr persönlich hinlaufen kann. Ja, ja, feinlich. Kann ich jetzt eher lohnen. Oh, ne Wache kaputt, schalte. Warte mal. Ah, ich könnte mir die hier machen. Bloch. Dann kann ich mir nicht nur in Ruhe heilen. In Ruhe heilen, muss ich eigentlich sagen. Wo ist der jetzt hingegen, oder? Was du jetzt gesagt hast? Schon, ja. Ja, schon. Ich hoffe, das ist ein Yaza. Der ist Don. Don ist das Yaza. Bei Don. Ja, aber den Yaza hab ich runtergeschossen. Äh, geschossen. Geschissen. Ich hab ihn aufgeschossen. Ja. Bla, bla. Der andere, der verpügelt. Ach, der ist in die Rauchgranate, in die Brandgranate von uns heimgekommen. Was ist denn heute los? Das will ich gar nicht reden. Ah, da vorne liegt die. Dann werde ich einfach mal heilen. Ich dachte mir schon, warum kriegt der irgendwie seine Gesundheit die ganze Zeit abgezogen, aber da stand der in der Brandgranate. Der hätte mal aufhören sollen mit dem, äh, verprügeln. Ich glaub, der hat den aus Versehen genommen, den Ticker. Da ist die Anja. Oh, warte, warte, warte. Oh. Okay. Ah! Nein, nicht schon wieder bei mir. Ach. Okay. Dankeschön. Ich hab wieder ganz gut, äh, neben dich müssen. Die Handeln sind doch echt in der Rechte. Ja, Kordur. Oh, halt. Uh, 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 uh. Oh, du Sau, du dreckige. Du bist doch so ein Stück Scheiße. Nein, nein. Lasset mich heilen noch. Komm schon, komm schon. Jetzt bin ich da jetzt. Komm, beide. Nice. Der konzentriert sich nicht auf mich. Ah, der hat doch der andere geschossen. Ah, der hat doch der andere geschossen. Schon wieder hier. Der hat doch der andere geschossen. Oh, okay. Dann konnte ich den ganz gleich erledigen. Der Dizzy kam zu mir. Ja, der Dizzy kam zu mir. Der ist zu mir hingewetzt, ey. Oh. Oh, Mann, ey. Ich boome, glaube ich. Das ist gar keine schlechte Idee. Was? Du kannst schon boomen? Ja, ich kann schon boomen. Ich glaube, er ist die zweite Reihe. Vielleicht machen wir ein bisschen mehr Äktione. Vielleicht nimmst du dann den Kantus oder was, wenn du aufgenommen hast. Au, 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 au. Oh, shit. Geil. Nee. Noch. Echt? Echt? Ich bin seit beim Blood Mount, ja. Okay. Silverback ist kaputt. Ich glaube, ich bin gebrüben, sagst. Ey, 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 ey. Verlutze, ich komme jetzt mit dem Duell, äh, äh, dein Buhl. Sam ist down am Turm. Ja. Hab sie. Komm schon. Oh, danke, kommt. Ist der nett. So kann ich mir nichts mehr überleben. Was denn da? Ah, da. Oh. Nice. Da hinten ist einer. Da, da, da. Da, da. Ähm. Oh, ich kann den nicht markieren. Da ist er. Ja, diese, dieses dumme Dingens hier. Verdammte Scheiße. Da kannst du nicht richtig hinschießen. Ah. Scheißdreck. Naja. What if you are. Ich boome weiter. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Mal schauen, wie ich die kriege. Ähm. Ähm. Boah, der Cole, der Schießlöcher auf mich. Ja. Hat mich aber nicht getroffen. Haha, Drecksgesicht. Reveille me. Ups, sorry, Kantos. Tut mir leid. Ja, genau. Stell dich vor mich. Gute Idee. Kantos. Dann geh halt killen, Mann. Oh, wir sind weg. Ja, und das fucking hell. Geil. Da ist einer am Turm. Oh, mit dem Bogen. Au, mh, der Kantos. Oh, der Kantos ist die ganze Zeit bei mir und ist nur im Weg irgendwie. Das ist schlecht. Er heilt mich zwar die ganze Zeit auch und so, aber der hält sich anscheinend wirklich da, äh, bei mir irgendwie die ganze Zeit auf, weil ich mir halt immer die besten offen suche. Ja, genau, mach du das mal kaputt, dann lass ich das, dann hol du dir die Dolas dafür. Oh, warte mal, da ist immer noch einer am Turm. Okay, er ist down. Der Kurgur auch, auch kaputt. Ja, sehr schön. Ich hab ihn kaputt gemacht. Das hab ich gesehen. Jetzt müsste ich die dritte Reihe haben. Sehr schön. Ja, dann machen wir Grenadier-Duo. Karamell Barbas. Das Grenadier-Duo. Oh, da ist ja der Hula schon. Der hat vorbeigeschossen. Ah, der Hula ist down, ja. Jetzt müssen wir erstmal hier durchkommen. Ah, der Hula ist tot. Revise me, Revise me. Ich brauch meine Granate. Ja, ich auch. Da ist auch der Silverback jetzt und so. Okay, ich hab sie geschmissen. Ja. Jetzt, wir haben es geschafft, super. Ich hab der Silverback in Mental Kick. Nice, nice, nice. Ich hab's ausgeschossen. Danke, super gemacht. Das war echt lustig, wie du das im Mental Kick hast. Ja, Granatenbeschuss. Jetzt hab ich, weil die Sam Granatenbeschuss gehört und der andere so wieder will, hab ich jetzt gehört, Granatenbelebung. 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 Das ist so lustig und die durcheinander reden. Du hast auch ne Granatenbelebung gefunden. Oh ja. Das habe ich tatsächlich gefunden. Du nutzt ne Granatenbelebung. 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 Oh, ich glaube, ich werde weiter als Trainer dir durchdrehen. Das ist doch eine hervorragende Idee. Oh, schade, ich hab's getroffen, meine Granate. Egal. Das macht nichts. Bläh, bläh. Jetzt hätte ich sie noch mal gebrochen. Ja, nice. Warte mal. Ah, ah, ah. Ich danke dir für die Vorbereitung. Da ist das Silverback. Ich hab's blockiert. Boah. Okay. Vorsicht, da oben sind auch Brandgranaten und so. Warte mal. Oh, scheiße. Da ist mir der Mauler davor gelaufen. Ich hoffe, ich hab die Granaten alle ausgelöst. Oh, nein. Wo war der? Nee, ich mein den Dom. Nicht einen Dingens, sondern einen bestimmten. Den Dom. Wo war der? So. Wo ist der Dom? Äh, die Lüffin. Wo ist der Dom? Den hab ich grad erwischt. Die Lüffin. Tod, Tod. Tod, Tod. Alle Tod. Es sind alle Tod. Tod, 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 Tod. Alle Tod. Alle Tod. Ähm, Booma, schieß nicht, bitte. Weil ich geh erst mal aufmachen. Lass mich mal vorbei. Booma, lass mich mal vorbei. Mach schon. Ist das Silverback eigentlich durchgekommen? Ja. Da ist es. Hubs down. Nice. Armut Griffen. So, jetzt mach ich mal hier auf. Und den Turm kaputt. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist der Cola. Ah, shit. Diese scheiß Feuerwachen. Shit. Diese verdammten, verfickten Feuerwachen. Ich krieg den Cola nicht. Aber oben ist, glaub ich, auch schon eine. Jetzt, ich hab ihn. Ich hab die Wache, ja. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich da irgendwo von der Seite hinkomme. Zack. Ich hab sie. Yes, die andere hab ich. Gut. Gut, gut, gut. Wer ist denn da jetzt? Irgendwer ist hinter mir hier schon wieder. Da. Da. Die Anja. Ja, ich hab sie. Sie läuft von mir weg. Das kann sie vergessen. Die kleine Schnitte. Granatenbelebung. Granatenbelebung ist echt so bescheuert und auch so witzig. Ja, du läufst immer vor mich. Ja, du läufst immer vor mich. Tschüss, selber weg. So. Ach, shit. Die Sam hat das Feuer geschmissen. Diese dumme Drexel, diese Blöde. Ne, du brauchst mehr als nur eine Hand. Aus dem ganzen Körper. Oh. Ja, genau. Chill, dich ruhig da hin. So. Ich hoffe, ich hab jetzt in so weit alles aufgemacht. Oh, shit. Die Sam. Schlepp. Ja, Turm ist kaputt. Die Sam ist down. Ich lass sie tot. So. Wo kann ich denn jetzt noch Ärger machen? Ach, da liegt ja die Anja. Ich lach da drauf. Wo sind wir jetzt noch alles hin? Ah, der Griffin. Der ist so warm. Wie das aussah. Batsch. Mei, oh, mei, oh, mei. Mei, Herr Barwasser ist ehrlich. Der Presskopf ist in der Mitte. Der Presskopf ist in der Mitte. Ich tue mal mein Bestes irgendwie tun hier. Tudeltut und Hammentutel. So. Wenn ich halt nicht überall hängen bleiben würde. Ist echt so mein Napdar, da kannst du überall hängen bleiben. So. Ich mach mal überall auf. Ui, 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 ui. Oh, da hab ich ein paar Kills gemacht auch. Cool, wir haben eine zweite Bersi. Bist du die zweite Bersi? Ja. Ui, cool. Wieder Doppel-Bersi. Super. Ah, wo ist der andere schon wieder hin? Ach, komm. Das ist das, was ich hasse, wenn die immer so wegspringen. Ey, der ist jetzt... Das hilft denn auch nicht? Der Presskop ist auch schon nicht mehr in der Session. So, wo ist der andere jetzt hin? Er hat seine Schleswig-Horon-Zoe-Ber-Küste. Okay, den lasse ich übrig. Da ist der andere. Kantos, da, da, da. Ah, wir haben beide nochmal A gedrückt. Das hat jetzt cool ausgesehen, wie wir weiter so gemacht haben. Ich finde das auch wieder lustig. Das war aber echt gut. Voll. Und die Zack so... Das war cool. Das war echt cool. Oh Mann, oh Mann. Aber wir haben uns echt hier so angeschaut. Das geht jetzt wirklich unterrufen. Das war jetzt echt gut. Das war wirklich gut. Wir haben den Sieg gefeiert. Ah, 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 ah.